Musik Zocken soll ein kreatives Hobby sein? Eine Studie meint, dass wir Menschen in Strategie spielen oder Ego-Shooter nicht nur spielen, sondern auch Taktiken ausstellen und den Rewind auswendig lernen. Anders als bei Shootern kannst du bei Acer Space oder Minecraft deine eigene Welt bauen. Der ist gerade an Kreativität, in Genialität. Taktikspiele wie Leads of Nations, freuen uns miteinander und es kommen sogar Leute miteinander klar, die sie sonst nicht mögen. Das sagt eine Studie. Sie meint, Schule unterrichtet schlechter als Computerspieler. Xbox oder Playstation? Jetzt, da die Xbox One und die PS4 rausgekommen ist, ist die Konkurrenz mal kleiner geworden. Wie was stimmt ihr ab? Xbox oder Playstation? Schreib's in die Kommentare. Destiny und Zora Noto Shimono. Der Termin von Destiny wurde schon wieder verlegt. Auf nächstes Jahr im September. Gamer müssen jetzt nur noch warten, um das Spiel zu zocken. Der Termin von Zora Noto Shimono wurde auch verlegt. Es kann sein, dass die dritte Staffel Daishonki erst gar nicht rauskommen kann, weil Zora Noto Shimono im Moment technische Schwierigkeiten hat. 개�ērn von Zora Noto Shimono im Sommer mal kleiner midstbrief. Bis zum nächsten Mal. уем ja. Bis zum nächsten Mal.